Hey Leute, Tonia Tutor. Heute ist der erste Teil von der Roomtour. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mich ein bisschen schäme. Aber ich zeige euch das jetzt. Die hat alles mitgenommen. Also hier, ich habe heute mal das Shampoo. Die hat sie mitgenommen. Hier halt nur meine Rasierer, Zahnbürste, alles nichts, also Seife. Hier war die Waschmaschine. Ist weg. Hier so ein bisschen zum Putzen. Hier am Klopapier war auch weg, habe ich mir ausgeliehen jetzt. Das ist jetzt alles, was ich mache, also im Bad. Das war alles. Das war mal schön. Und dann am Morgen zeige ich euch die Küche. Tonia Tutor. Das war's. Das war's. Das war's.